Ich lasse mir das nicht mehr fallen. Weißt du eigentlich, was deine Stimme alles kann? Sie ist laut. An deiner Seite. Sie fordert und verhandelt. Und sie setzt sich durch. Vor Ort und in ganz Österreich. Spricht sie auch deine Sprache. Die Arbeiterkammer ist deine Stimme. Spricht sie auch deine Stimme.